schon wieder nicht der richtige ich glaube ein dicke fisch ist der richtige so kommt jetzt symbol mehr davon so noch mehr fische das kann man jetzt ganz gut muss dann dass wir die fische hier woanders bekommen ok dann versuchen wir noch also noch mal so jetzt noch mal ein versuch so geben wir da kostet mal ok immer noch nicht ich guck dir jetzt mal am besten mal woanders weiter vielleicht das ja den falsche ort dafür so ich glaube da unten kann mangel so geben wir kostet mal hier runter ok geben wir kostet mal hier runter können wir da vorne vielleicht irgendwo angeln ok geht das nicht vielleicht aber dem wie klang so 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 ok geradeaus gehabt glaube ich eine kleine stelle wo man an konnte so 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 sonst gehe ich dann wieder zurück da ich sage ich sage vorne einfach weiter ich sage vorne einfach weiter so 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 folgt mir einfach mal dem fluss ok wenn wir dem fluss einem lang folge vielleicht können wir da vorne irgendwo angeln so 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 ich glaube wir können wir wirklich nur bei der bei der lagerange woanders geht es leider nicht habe auf jeden Fall keine andere stelle gefunden so 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 okay anzeigen gibt keine andere stelle wo wir es an können können wir leider nur einen Punkt angeln. Ok, dann wissen wir jetzt schon soweit bescheid. Ich kann gerne noch mal bestätigen, ob man nur hier angeln kann, wenn ja, dann weiß man das. So, einfach weiter. Leider kann es hier etwas dauern, bis man den richtigen Fisch habe, ich leide nur Schufall, was man bekommt. So, warte mir kurz mal. Verdammt. So, jetzt kommt der mal raus. Leider finde ich es hier richtig schwer, irgendwelche Fische zu angeln, bei Monster Hunter, weil irgendwie empfindbar die falsche Fische, aber das dauert ziemlich lange. So, dann versuchen wir das mal so lange, bis ich mir die richtige Fische habe. So, machen wir eine ganze Weile weiter. Wie man sieht, bekommen wir immer andere Fische, deswegen kann das sogar sehr sehr lange dauern. So, wenn wir einige Fische habe, können wir dann versuche mal ein paar Fische abzugeben. Entfernen wir dann die richtige Fische habe. So, normaler Ganze. So, leider nichts gefangen. So, einfach nochmal. So. 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 Komm raus. Okay, fangen wir direkt nochmal ein paar. So. Ich glaube, wir fangen aber immer die falsche Fische. Okay. Okay, leider nicht die richtige. So. Okay. So. Okay. Ok, dann versuchen wir mal die zu angeln. Ich glaube da bekommen wir die Fichte eher. Nein, entfalter Fisch. Gut, immer noch nicht ganz richtig. So, hoffentlich haben wir ihn jetzt. Ok, immer noch nicht. Ok, wir fangen hier irgendwie nie die richtige. Das will er auch komplett falsch. Genau, diese mal ran schwimmen. Ok, einfach nochmal. Ok, das nervt mich gerade ein wenig, dass ich immer noch nicht die richtige Fische habe. Ok. 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 Überhaupt nicht. So, schaue ich kurz mal. Ok. 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 Leider nicht. Ok. 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 Ok.